Hallo Leute, Willkommen zu Let's Play Pokémon und Nassauk-Challenge, in der letzten Part haben wir die 3 ersten der Top 4 besiegt. In den letzten Parts. Und jetzt gehts gegen den letzten Rand. Und danach noch den Champ. Ich meine, dass wir die Challenge schaffen, mit 4 Pokémon und nur noch zu schwer. Aber durchaus machbar. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, welches Schicksal es ist heute zu sehen. Das ist dein oder das ist meine. Na, schaut mal, das ist meine. Ganz ehrlich. Das wird tough. Ich freut mich jedenfalls, seine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kahili. Vorigen Jahren war ich auch auf Inselbanderschaft. Da habe ich auch die Inselbanderschaft dazu geblieben und auf die Wurde ich Inselbanderschaft schenke. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon und mit meinen Fähigkeiten erstgefunden. Blablabla. Ja, ja. Ja, Pokémon Liga Blablabla. Ja, ja. Kahili. Ja, Flucht Top 4. Und dann mit der letzte der Top 4 der Pokémon Liga. Ja, das wird schwierig. 5 Pokémon gegen 4. 5 Pokémon gegen 4. Das heißt, ich bin auch noch in der Runterzahl. 5 Pokémon gegen 4. Das heißt, ich bin auch noch in der Runterzahl. 5 Pokémon gegen 4. Ja. 5 Pokémon gegen 4. Das heißt, ich bin auch noch in der Runterzahl. 5 Pokémon gegen 4. Komm, sanic! Du bist MVP! Wenn du es nicht schaffst! Dann schafft es niemand. Ähm! Natürlich musst du nicht dreimal so ... ... der vielleicht eventuell den dritten Schlachter gleich legen. Und es kann noch nicht so griffen! Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss Sanic dreimal treffen. Komm, dreimal, 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 dreimal. Okay, ich krieg Sanic. Du bist bestem. Sanic im Papier. So, was jetzt gefällt ist. Holy shit. Gefällt ist, das ist ein Problem. Gefällt ist. Ich würde gerne in Nala gehen, aber das sollte mir einfach wohl nicht sprechen. Deswegen bleiben muss Sanic. Egal was. Ich sehe jetzt schon einen Schmeichler vor mir. Oh ja, es kommt Schmeichler. Aber dann muss ich jetzt durch. Sanic wurde verwirrt. Sanic ist verwirrt. Oh, Sanic, bitte. Ich kann mich draus wechseln mit einem Stachler. Komm, die hat schon drei Tage gebraucht. Really? Ja, das ist die... Ernsthaft... Schutzstuch. Geil. Wird aber nicht irritiert. Was, das macht ja gar nichts. Sanic MVP. Ich bleib dabei. Komm. Sanic ist nicht mehr verwirrt. Ja, ich... Ja, äh... Das Plus-Weiß-Best-Effekt, äh... Der gibt mich nicht, ehrlich gesagt. Okay, dreimal. Viermal. Und wer 5 mal weiß. Sanic ist. Leider überlebt es ganz. Sturzflug. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich glaube, ich mach jetzt einen Gliedsauger. Und... Die... 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 Und er killt sich natürlich nicht selbst. Doch... Die... Ja... Linkens könnte ich ein bisschen Deckelschlagen. Gliedsauger. Was ja neutral sein müsste. Boah, macht auch ein bisschen Schaden. Ich mach jetzt mal einen Sperrkant. Ich muss halt mit alles so viel damit ich mühlich machen. Schmeichler. Oh nein, er verbirgt mühlich. Fluchte 2 Attack und Fluchte 3 Attack. Und Fluchte 3 Special Attack. Junge, die Special Attack juckt mich nicht. Es wird jetzt überhaupt nicht auf dem Schwersteinstil übersucht. Strafattacke. Oh nein... Und Fluchte 3 Attack. Ne, jetzt wird hart. Aber trotzdem, dass ich auf 6 Werken geboostet bin, macht das hier nix. Und Sanic wird dreimal und dass es ein totes Blutfeld ist. Sanic MVP. Ich bleib dabei. Tukanon. Tukanon, 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 Tukanon. Tukanon kann theoretischerweise Kampf attacken. Tukanon kann Flug attacken. Mosferatu. Ich glaube, ich schicke mir das für gerade rein. Ich dachte, das geht nicht. Ich bin schon ein bisschen schade mit dem Staffel. Oder das wird hart. Wie viel schaue ich jetzt mit dem Staffel? Nein, das wäre ein Blutfeld. Ich komme jetzt halt zu einem mit dem Staffel an. Oder ich komme jetzt mit dem Fliegen. Geflitscht. Und der Küche kreuzweiser. Geil, die Kuchenbörn. Aber Zucker noch ein Sieg durch den Krit. Bevor es konnte er irgendeine Zettattacke machen. Das müsste die Feuerform sein. Was mache ich hier noch? Ist doch ein Aller. Wenn das Ding irgendeine Unlicht oder Geistertacke kann, dann heul ich. Ja, mit Geistertacke kann sowieso nicht. Ich glaube, wenn er kann, dann suchst du es mit Luftschnitt. Was ist denn? Äh, ein bisschen Schein. Doch, klar. Kosmikraft erstmal. Ja, im Ding liegen wir ja. Ist Schrappattacke fies gewesen mit Kosmikraft? Ich glaube nur Kraft. Ah, Taubeltanz. Keines Vieh. Ich hab die Fünfträger nicht vergessen. Die Psychophilie reicht auch. Wenn ich dann heulisch. Gut. So. Ist jetzt X-Batt. Ist wirklich. X-Batt ist machbar. X-Batt ist machbar. X-Batt ist machbar. X-Batt ist auch gut. X-Batt ist super schall. Aber Biss wird auch den tun. Ist auch der Biss. Und er wird mich auch zufrieden. Safe. Er hat Superschall. Noch bitterer ist es, dass das trifft. Warum hat er Superschall? Hansja, jetzt wird man nicht aufgeben, dass ich hier einen Kompon-Strahl haben Egal, ich war tot Das heißt, wir müssen jetzt gegen 6 Kippen uns im Chimp-Nemoral kriegen Da 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 Ich glaube, beim Chimp, mit wem will ich da liegen Und meinen 4-Pokmon-X-Blatt auf gar keinen Fall, weil ich glaube, der liegt mit Wolfrock Tagform Ich glaube, ich bleibt sogar mit Xenic drin, oder? Da ist mit Xenic drin Ähm, Barmott auf gar keinen Fall Bei einem Gesteins-Pokmon, das Priuk kann Ähm Ja, komm Wenn ich den Feuerheiler schon hab Warum auch immer ich ihn mir gekauft hab Dann soll ich ihn doch auch benutzen dürfen Alter, du musst reißen, Tränke Ja Ähm Will aber jeden voll spielen Auch wenn Osvirato kaum Schaden bekommen hat So Sanic ist der beste Lead, den ich machen kann Ein Bollmerock Wie nahe, weil ich auch noch gesagt mit den Aktivern und da halt Gänger Ja Ja, das Gugnis verspunden Ja, das Gugnis verspunden Ja, das Gugnis verspunden Ja, das Gugnis verspunden Ja, leider hat mich jetzt nicht mein Kleiner dabei Auf der Schnitt Jetzt Um zu sehen, wie lange Ich noch hab Bestimmt schon beschaffe Ja Ja Ja, ich glaub jetzt Es gibt kein Champ Erstmal Mein typisches Ritual Speichern Vier Pokémon gegen sechs Das wird Taff So Jetzt Der entscheidende Kampf Werden wir die Nastok gewinnen Oder werden wir In Grund und Boden gestafft Von Kukui Ich würd die Musik enttäuschen von Champ Ich mein, ja Es ist gut Aber es ist einfach nur Musik aus den Treadern Und dass man dort die Musik gespoidert hat Ne, warte Oder So ein Remix zum Titel geschickt Das stimmt Finde ich auch Scheiße Also ich mich enttäusche von Kukui Und jetzt seh Ich seh jetzt schon vor mir Die ersten Kommentare Mit dem Kukui Ist ganz der Champ Aber Ey, ist der Trainer Der Nachricht auf vier kommt Also ist das Der Champ Oh man Ich würd auch gern die Vox legen Ich hab aber nichts um das zu machen Finger krieg jetzt nicht Ich bin Ich stirb sogar One-Hit Nice Und ich bin ja auch Viele Blüber Vollgerott So Relax Oh Gott Tränen So Relax So X-Bad Ich brauch mich Füße ich nur Für das Ding Ich hab jetzt gesagt Kramot Aber Erstens Können wir so ein Spechschicht haben Zweitens Hätt ich's gelabert Dafür Irrlich Das da steht Und drittens Hätt ich's In mir Mies Spezialangriff Äh ja In mir Mies Spezialangriff Gute Zeug Wie seht Das macht immer noch Wenig Schaden Der Fund Flimp Ich muss auf den Flinch Hoffen Ey Da 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 Da